einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video ich habe von drive genius usb rs 232 kabel bekommen wie ihr seht zweimal warum zweimal weil hier sieht das ja auf der verpackung so oder mit usb c ich mache einfach zu jedem ein unboxing so mal gucken also ich weiß jetzt auch nicht was hier also ich kann nicht sehen ob es jetzt der mit usb c oder der normale ist also sehe ich nicht unterscheidet sich an der verpackung nicht ja eine andere nummer hat sind aber da kann ich auch nicht zu ordnen also lassen wir überraschen welches unboxing wird müsste man vielleicht noch mal nicht nur dass man hier auch vielleicht darunter schreibt usb c oder usb a oder irgendwie hat man hier irgendwie kennzeichnet dass man das auf der verpackung vielleicht ohne sieht ich kann euch den auch nur an boxen ich kann euch die kabel nicht vorstellen und zeigen wie sie gehen weil ich habe kein gerät was diesen kabel unterstützt beziehungsweise benötigt so wir haben hier noch eine anleitung die packen so da seht ihr den kabel dann hier zum beispiel da und dann halt hier usb am pc und hier dann an kamera alarm sensor für drucker und monitore wurde detail früher öfters benotten benutzt dieser kabel aber ich persönlich habe kein gerät wo das hier noch ankommt überhaupt nicht kann ich nichts mit anfangen leider wo haben wir denn deutsch hardware installation so hier kann man jetzt eins ist der usb anschluss zwei serieller anschluss anschluss muttern und neun ist led ich habe es aber auch gesagt dass ich das nicht ich habe nichts wo das ranpasst also welche kabel welche box also wird es davon leider nur an boxen geben aber viele freuen sich ja jetzt auch mal nur ein unboxing gibt also ich finde schön dass eine stabile tüte ist nicht so ein pille und hier vor allem mit dem schnellverschluss besser als eine pille tüte wie andere so und dann haben wir dann halt hier den kabel ich kann hier noch mal auspacken dass er den usb kabel seht aber wir haben usb c hier bei dem usb c und ja fast 80 zentimeter lang mein tisch ist 80 zentimeter aber damit das hier nicht rum fliegt werden wir mal den hier wieder zusammen machen ich lasse aber den usb c hier draußen dass ihr das besser sehen könnt oder falls wir dann nachher bei dem anderen noch mal vergleichen dass man das dann halt dass ich dann nicht wieder den kabel aufbauen also wie gesagt usb c und hier ist dann der rs 232 kabel mit dem zum drehen hier beide und hier sind die schrauben und hier ist der alte anschluss sieht ein bisschen aus wie ein alter anschluss vom controller oder halt für von den alten monitoren wenn er euch noch daran erinnern kann ganz ganz alt und hier haben wir dann praktisch led lichter gntr tt xd rkd ne rxd dcd ri cts rts dsr kann ich leider nichts mit anfangen ich habe nichts ich habe leider so einen alten nicht mehr also sieht wirklich gut verarbeitet aus auch hier unten wirklich gut verarbeitet auch der usb c kabel und er hat ohne schöne länge dass man was mit anfangen kann aber ich habe leider kein gerät dass ich euch genau vorstellen könnte leider 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 so ich telefoniere aber noch weiter rum vielleicht finde ich noch irgend irgendetwas hat was damit kompatibel ist dass ich euch zeigen kann bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden weil unboxing ist fertig verarbeitung ist gut kabellänge reicht und ich würde sagen wir sehen uns gleich im nächsten unboxing wenn wir den mit usb auspacken werden mit normal usb und bis dahin und so also und ja Vielen Dank.